man mit dem Motto und das funktioniert dieses Spiel ja nicht so gut also nicht kompatibel von daher doch ein kleinerer Abweichungen und so aber ich möchte direkt so das war ja ein T-T-O-T-Hau gegen den Baum typisch Huuuuhhhhhh die jurt vor allem wenn er mit abtächtig drei punkten mit laser schießen da hat sie gut hier bei effekt so mit mir vorbei aber auch nur ha 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 drei Viertelstunde gespielt werden und dann sind im Ende des Ganzen Antiby Blyons Nebel L Wich schon sagen Hä wo kommen die denn Ah ah Oh im Sau ahaha Arschloch Ahaha scheiß nicht beschwerten der Schichtspiel er soll ich hab nichts gegen die Anliegen weil es gibt sogar Riesen-Yoshi-Fan mit dem Super Mario Spiel mit der Schieder weil er sich kann er nicht mal die Kanzlei um die Trittflug nicht die Scheiße Flatterflug ist die Scheiße genau aber hallo was bringt das wenn mir keine einbriechtiger Tag haben dann in der Film mit Eiern schmeißt statt hoch zu gehen das Kölbi besser war na also ich will mich wieder kurz an ihn gewöhnt er mag ich noch gleich wieder total gerne die Klinik was versucht zu kacken ja am Anfang die von den Drang in dieser Nacht zu machen hier schief ich ihn besser mit dem Bildschirm wieder aus die Sauer im Bildschirm ich habe es mit dem Schiff ausgeschleudert hat egal Hauptsache der hatte nichts auch wenn man sich diese ganze letzte Pläne weitergehen schön munter chillig locker ja weil gibt's mir die Sau boah huuuu boah jetzt müsste einer furzen Boah, hat ja einer gefürzt! Ein Leben! Ein Leben! Oh, halt, dieses Let's Space rum, das Freakigste, was ich je gemacht habe. Stirbt! Kommt nix mehr gut! Wie ist der denn? Und wie müssen wir das Ding hier unten kaputt machen können? So. Ach, was ist denn eine Falle? Na dann ist ja langweilig. Kamikaze Ei! Yoshi hat nur ein Ei! Arschloch, da kann man nicht weiter scheißen, egal. Na auch mal nach vorne weiter. Ah! 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 Ah, ich bin da mal schlechter, hier geht jetzt alle kacken. Wow, du bist auch kacken, oder sterben. Ich bin auch über. Du siehst selbst, ja, schießt zum Kotzen, was das betrifft. ja jetzt kommt der richtige Meister des Ganzen äh mit ihr ein echter Meister für die Situation okay euch wird einfach nur eingegangen schmeißen das fällt mir mal gerade ein egal mal die Lügel mit dem Baseballschläger laufen 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 wenn jetzt kommt gleich der Blind Part also ja noch ein Level und dann doch noch nicht doch noch nicht doch noch nicht doch jetzt kommt der Blind Part ein Karton wer möchte ich nicht dazu äußern Forschungsstation Neuzugang sind Link und die 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 20 Prozent ein Prozent mehr zum Thema wird dann mal jetzt hier locker die andere links Punkt ja ich hätte es auch hier auf ins Let's Play ein und nach morgen weiter mit Blind ja viel Spaß und bis zum nächsten Mal mit Super Smash Bros. Broad Tschüss